Unser Besuchsdienst, ein tolles Team in Zusammenarbeit mit der Chance B und dem Verein Gecko. Unsere liebe Christina findet telefonisch gerne mit Ihnen den passenden Termin für einen Besuch ihrer Lieben bei uns im Haus. Einfach anrufen. Wann? Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr. Bitte kommen Sie pünktlich zu Ihrem Termin, denn hier wird erst ein Gesundheitscheck durchgeführt und natürlich die aktuellen Eintrittsbestimmungen überprüft. Wir helfen Ihnen gerne beim Ausfüllen des Besucherlogbuchs und dann steht einem freudigen Wiedersehen nichts mehr im Wege. Lassen auch Sie sich als Besucher bereichern und unterstützen Sie unsere Chance B Mitarbeiter mit Geduld und Höflichkeit. Also rufen Sie an. Wir freuen uns, Sie wieder bei uns im Haus begrüßen zu dürfen.